Gewalt an der Gesellschaft, Gewalt auf der Strasse, Gewalt an der Schule. Überall ist er verträgt. Für einen kurzen muss ein Mann auf der Eschergurt mit einer Eisnerstellung zur Schule gehen. Er kennt ihn auch. Für einen Grund genug, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die Polizei kann regelmäßig auf ein Set jemen, für die jungen Schüler, die Gefahren von der Gewalt, vom Mobbing auf dem Internet abzuklären. Es sind quasi alle Tage in der ersten Klasse, um Präventionskuren und Präsentationen zu heilen. Wir können einfach ein bisschen auf Sachen hinzuweisen. Wir können auch Jugendliche, so auf Sachen viel zu bereden, wo es um die Länge zu beginnen, am Bereich Gewalt, so abzuklären, was Drogen sind und so viel. Denn Herr Overmann, Sedais, werde dann Sängerpräsentationen geht. Mobbing, Gewalt über Internet, Vandalismus, Gewalt auf dem Heim, Gewalt an der Schule, am Großen und Ganzen natürlich auch an Gewalt mit Waffen. Muss die Präsentation nun die verschiedenen Klassen adaptiert gehen? Also, was die Klassen nu belangt, wir machen ein Programm im Prinzip auf die Set jemen, auf zentlichen Set jemen, auch hier am Süden. Natürlich sind wir dann zentliche Gebäude vertröden, wo wir dann ein Programm auch bieten. Wenn wir eine Schule sehen, okay, wir haben ein konkrete Problem, ob eine 8-Jemen, 9-Jemen, 10-Jemen, ich weiß nicht, muss man natürlich das Programm ein bisschen adaptieren und noch auf die spezielle Probleme aufpassen. Weil es so mal eine Thematik, wie die Set jemen Schülerin beibringt, kann die nicht auf eine 9-Jeme zum Beispiel machen. Das wäre doch ein bisschen ähnlich. So sollte man dagegen aufpassen. Was wird los? Set jemen Klassiken, Techniken, und auch Modulär noch so überlegen. Das ist wirklich alles das selbe Programm. Wir versuchen immer Neusagen heranzubringen, die gerade aktuell sind. Für mich sagen, okay, als Beispiel wieder Facebook oder auch Chatroulette, oder so, die dann wieder neu sind, wo wir das dann adaptieren, dann können sie auch besser informieren über die Neusagen. Sind Satyams Schüler nicht zu jung, für über Facebook abgeklärt zu gehen? Ja, das kennt ihr ja manchmal, also den Alter, als am Anfang halt aber nie zu jung. Das heißt, es war schon an Klassen am 5. Schuljahr, am 6. Schuljahr, sogar schon am 4. Schuljahr, wo kann man über Facebook schwer tun und sogar auch schon auf Facebook drauf werden. Das heißt, dass es nicht zufrieden wird, um ihn zu fangen, weil Facebook ja auch keinen 100 Prozent Unterschied gibt. Ich meine, du hättest beim Geburtsdatum gefüttelt, wieder drauf zu kommen, auch schon, kann man mitmachen und dafür ist es wichtig, wenn sie so frei wie möglich zu informieren, einfach natürlich auch, sondern ich will einfach mit dem, mit dem, dem oder diesem. Auch da kann ich nicht mehr Sachen vielleicht vermitteln, die zum Beispiel Schüler sich nicht so bewusst sind, hauptsächlich am Bereich Foto, wo sie draufsetzen, oder persönlich Turnieren, hauptsächlich diese auf Facebook setzen, die am Anfang halt doch gar nicht verloren haben. Es ist doch Mobbing von denen, nicht? Wenn man zum Beispiel die letzten Kollegen sieht, dass DELO die Diodas oder Falldass oder Falldass. Ja, das Problem ist heute, das die Menschen, die es betrifft, ist, dass die am Anfang immer matkrieg. Ja, dafür soll man auch so Äußerungen einfach nicht machen. Wie könnte ihre Viertrag an der Schäulen unn? Ja, Trägenmeldungen an der Klasse sind relativ positiv, vis-à-vis vom Personal, vom Lehrpersonal und von der Direktion auch immer, weil man wirklich alle Jungs auch gefroht ging und das einfach gut aufgeholt hat und für Außdürfen, um ein großes Freitas für immer, immer hinzukommen. Die Schüler selber gehen auch immer positive Feedback, schaffen auch an der Klasse immer wirklich gut mit, stellen die Menschen viel froh, sie ganz interessiert, so dass es wirklich für uns nicht mehr zu spät ist, immer immer hinzukommen. Wir bei uns sind an der Schäulen nur gefroht, wieso kein Self-Defense-Kurs zum Beispiel am Turnen angeburde geht. Bei uns geht es nicht in der Form kein Kurs, weil wir ein bisschen offizielles Programm haben und du hast auf der Nennische Klasse hing und traufe viel gesehen, das ist ein bisschen in einer Form. Selbstvertäuschung hat es gesagt, wenn du nicht mit kleinen Klassen möchtest. Es gibt Blockagen, wo man das ganze kann luxieren, sich die Schule verreißen und das geht eigentlich nicht gut mit den Schülern. Man kann immer nur einen Deal machen. Wenn ich ehrlich mit den Kassen in der Klasse habe, kann ich immer eine Situation wo sie aber vielleicht ein bisschen frustriert sind. Weil sie stellen sich darin dafür, dass wenn sie in einer Situation sind, die Aggression, dass sie sich da wissen zu helfen. Und das ist ein Lörd. Das stimmt nicht. Selbstvertäuschungs-Kurs die läuft nicht darüber aus. Also ich denke, wenn sie nicht in einer Situation füllen, du kannst auch etwas machen. Wir waren wirklich ein Gefahr, mit einem Knall, mit einem Messer. Da sind wir auf dem falschen Platz. Du warst Schüler, du warst in einem gewissen Alter. Ich weiß ganz genau, dass du über den Weg nicht allein auf die Tür gehst. Und die Protektion, die Selbstvertäuschung, das ist schon die Gruppe. Das ist schon eine Form von Selbstvertäuschung. Das ist nicht allein, um die Tür zu sein. Für sich mehr Zivilcourage zu beschäftigen, hat Valerie und Michi ein Experiment gestört. Linda, Zahra hat Valerie auch nicht und das mit dem Thema Zivilcourage beschäftigt. Dazu war er mehr an alle Arsch und mit den Streiten gestört und geguckt, wie die Leute reagieren. Zahra hat mich hier nicht und die Rolle von den U-Greifern überholt. Aber Linda, ob der Strasse Streitüberfahungen erprobeiert hat, ihm sein Posch aufzuhören. Zahra hat mich hier nicht und die Rolle von den U-Greifern überholt. Aber Linda, ob der Strasse ein Streitüberfahungen erprobeiert, ihm sein Posch aufzuhören. Rack City, bitch. On est tous VIP by the guest list. Take till you raw, you don't know, who you fucking with. Ramène Tachi, girl appelle les autres bitches. Fuckin' all, now you nigga, we ain't sell a bitch. Eh, bis ne, als ich grad für machst. Mehr sind heute an der Start, für die Leute zu frohen, weil sie an so einer Situation gibt wir reagieren. Erstmal die Polizei rufen, ganz klar. Ob man sich gleich einmischen, müsste man natürlich aufpassen, in welcher Situation man ist und ob man sich nicht selber in Gefahr bringt. Aber auf alle Fälle ist der Griff zum Handy ganz schnell und man ruft die Polizei an. Ich glaube, das ist das, wenn es gefährlich ist, das Einfachste und Sicherste, aber es wird allen geholfen. Und von zehn Leuten jetzt, die vorbeigehen, wie viel glauben Sie würden da eingreifen? Ich hoffe immer an das Gute im Menschen, aber ich muss sagen, dass es bestimmt vielleicht nur zwei sind, die eingreifen würden. Warum haben Sie nicht reagiert? Ich habe einen kleinen Mann und das ist ein Mann zu retten, der hat seinen Auto geklaut bekommen. Ich habe gesehen, dass ein Mann war, das ist ein Auto, das ist ein Auto, und das ist ein Auto. geblinkt wird im Auto. Und voilà, das sind Steiner gegangen mit den Kollegen, die haben wir durch den Golf. Wie oft Merci sind und hat es direkt am Auto und hat es fortgefahren. die Polizei wird immer nicht tun, dass sie nicht mehr gesperrt werden. Das sind nicht mehr so Sachen. Ich habe eine Junesse, ich habe gesagt, ich habe etwas vorbeigehen. Ja, ich gehe auf den Tisch und gehe und dann direkt in den Flugzeug rufen, weil das geht eigentlich nicht. Die gucken immer und dann vielleicht noch filmen oder so, wie die Menschen machen, und dann auf Facebook posten. Warum hast du nicht reagiert? Ich gehe direkt und habe nicht viel Zeit für was es braucht. Von 10 Menschen, wie viele denken Sie reagieren? Nicht viele, ich bin Angst. Einige, die ich sehen, die Menschen verhindern, sogar die Richtung. Es ist zu anonymisch, ich denke. Es ist nicht ein Nachmittag, wir wissen uns nicht, wir sehen uns nicht auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich das. Die Leute, die Angst haben, wenn es Probleme gibt, wenn es Probleme gibt, sie nicht zu intervenieren. Das ist mit Angst und Angst. Ich verstehe, das ist wichtig. Ich verstehe, das macht mich nicht. Das ist weniger zu intervenieren. Ja, wir haben den Test und es war 1 über 25. Ja, das ist doch schrecklich. Das ist doch schrecklich. Das war nicht ich, aber die nächste Mal werde ich intervenieren. Ja, das ist wirklich aberrant, in meinem Sinne, weil es nicht mehr Hilfe zwischen den Menschen und ich finde es schrecklich. Halt hoch! 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 Wie war auch dir reagiert? Weil Kleipereien und ich konnte nicht kehren und ich bin schon oft geholfen. Das ist für mich echt, ich war schon schlimm genug und ja, voilà. Was hat er als nächstes gemacht? Ja, ich habe dich alle geschlagen, in einem anderen, ne? Ja, ich mache Kampfsport, ich mache dich in einem anderen Goal. Voilà. Wie ihr seht, wie ganz wenig Leute reagiert. Auch ich persönlich ist das noch nicht überrascht, aber ihr macht ja schon einfach selber ein Bild davon. Mehr von ihnen hat auf alle Fälle wichtig, euch darüber gespart zu holen, aber bestimmte Leute auch, wenn ihr euch in einer Situation könnt, ein Café gestaltet, wie ihr reagieren. die Perdefest, yeah, motherfucking Perdefest. Der Breiner und Karol waren in dem Kontext, ob Walfa, ob Dunia Lu, wo sie vom Herr Stafgen, Professor an der Psychologie, mehr geworden sind. Wir wollten an sollerisch vom Herr Stafgen wissen, was Zivilcourage an die Wahrheit genäht. Ich denke, da sind zwei ganz wichtige Asp. Zum einen baut Zivil auf dem Asp, dass es eine soziale Norm gibt, die verträgt. Zivilcourage und sich pro sozial verhälen als andere vis-à-vis. Das Grieche, das über definierte soziale Normen wie in bestimmte Situationen soll verhälen. Dazu könnte dann den Aspekt Mut, Courage, Mut, sich an ähnlichen Ängsten hören, zu bewältigen, sich an Situationen anzumischen, sich zu beteiligen an dem Bereich. Das sind die zwei zentralen Aspekte an der Definition von Zivilcourage. Aber wieso bringen dann nicht mehr wenige Leute die Pferde, im ersten Fall den ethischen Mut abzubringen? Zum einen also den sogenannten Beiständer-Effekt, dass eine sogenannte Verantwortungsdiffusion abtritt. Je mehr Leute zusammenstehen, desto mehr gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen ergreifen. den Ehen sieht, ja, das kann ja und das kann ja etwas machen, das ist nicht mehr eine Responsabilität allein. Und die verdient sich natürlich, wenn die Leute da sind. Der andere Punkt, als die pluralistische Ignoranz genannt hat, dass sie Situationen nicht eindeutig deuten kann an dem Moment. Und deshalb die on-clare Situation zu klären, als bei den einzelnen WT-Stadt. Die Situation, die da passiert, als die Gestalt, als die korrekt in diese Richtung zu intervenieren. Und der dritte Punkt ist, dass Leute sich natürlich enger Bewertung aussetzen. Aus dem Grupp rauszutreten und vis-à-vis von anderen zu intervenieren, setzt sich die Gefahr aus, dass sie negativ von anderen bewertet werden. Nicht nur die, die sich da nicht korrekt verhalten, sondern auch die, die rumstehen. Das geht ihnen um, sich da ran zu mischen. Wie steht denn dann zu Lützeburs mit der Gewaltbereitschaft der Neurentlöschen? Wenn ihnen so da die beste Versicht am Überblick zu betrachten, ob sie ein paar Enqueten zurückgreifen, die für ein paar Jahre schon durchgeführt werden, dann könnte ihnen zu dem Eindruck, dass so um die 10 bis 15 Prozent von Jugendlichen an der Schule eine Form von Bullying, von Mobbingweisen leiden zu Lützebursch. Die physische Gewalt, also ein bisschen mannenaufällig an dem Moment, aber die Leute um die 10 Prozent, wenn ihnen das so will. Und dann irgendwann gibt es natürlich auch die Statistik von der Polizei, die Leute zuletzt zum Beispiel gefordert gibt. Aber da muss sie wissen, dass ihnen da ganz klar muss zwischen den Dunkeln und den Hellziffern entstehen. Und die Polizei am Anfang, wenn man die sogenannten Hellziffern erfährt, dann hätte ich die Fälle, die auch die Police genannt gehen, die abfällig gehen. Und dann irgendwann finden ganz viele Aggressionen statt, die nicht erfährt gehen. was kann man in dem Kontext machen, für Gewalt zu reduzieren? Es gibt zwei Möglichkeiten, die in einem groben differenzieren kommen, wie gegen Gewalt an der Schulkaufgabe. Und auf der anderen Seite ist der strukturell, ist der situational, ist der ob die Schulkultur, ob das Schulklima beziehen, oder auf der anderen Seite Personen beziehen. Das ist Schüler, Schulmeistern, und alle Leute, die an der Schule sind trainiert, ihr Verhalten zu verändern. Wir haben uns mal vor kurz getroffen, den auch selber der Self-Defense-Kurig geht. Hier wird uns erklärt, wie und wie er sich verteidigen darf. Was ist das Self-Defense? Was ist das Self-Defense? Wie man sieht, ist das erste Methode, sich verteidigen zu können. Die meisten Leute machen immer oder assimilieren das mit den Kampfkünsten oder Kampfsporten, die in der Böse sind, und versuchen, sich dem Kampfsport anzupassen. Aber in einer richtigen Situation gibt es keine Vorbereitung, wie es gesagt hat, mit den Präparationen. Aber da sind die Situation gestalt, und ja, da muss ich immer kämpfen oder immer, dass ich verteidigen kann, was ich höre. Und das ist eben selbst verteidigt. Wie weit musst du Self-Defense? Also mit dem Self-Defense höre ich 10 Kilo. Wirklich 10 Kilo. Der wirkliche Grund, was ich Self-Defense machen muss, ist für mein Selbstvertrauen aufzubauen. Darum war ich immer, ich würde sagen, ach, ein Problem kann, weil es immer Geschirr gibt. Ich kann mich selber besser und ich mehr selbst vertrauen und kann auch nicht mit den Leuten auch gehen. Für was geht der Self-Defense-Kurin? Wir leben in einer Welt, wo das Gefühl nicht auszuschließen ist. Und es geht immer darum, sich sicher zu fühlen. Das ist auch die Grund für die Sicherheit in einer gesellschaft. Wie gepasst wird, dass sie akzeptiert wird in einer gesellschaft. Sie sind durch die verschiedenen Freiheiten aufgehend mit Sicherheit. Die Sicherheit kann natürlich der Staat nicht hundertprozentig garantieren. und es geht eben darum, mein Selbstvertrauen aufzubauen. Und ich meine, mit Hilfe, von vielen Leuten, mein Selbstvertrauen aufzubauen. Das ist mein Job. Das ist meine Verpflichtung, mit den anderen mitzudehlen. mitzudehlen. Das sehe ich auch sicher. Ich will selbstvertrauen, weil ich weiß, dass die Frauen in der Gesellschaft dass sie viel weniger schwer sind. Ich möchte den Feminen und sagen, dass man auch stärker sein kann. Gewalt muss auch an den speziellen Fällen, das Gesetz hat gesagt, sich verteidigen als ein grosses Nutzen. Ich gebe ein Beispiel. Das Gesetz ist nicht, wenn ihn erst provoziert, wird Gewalt benutzt. Wenn sich an der Situation umpassen kann, dann wird mit der Selbstkontrolle, mit der Selbstverteidigung, mit den Methoden, die der Körper und der Geist umwand für die Situation mehr stattfinden. Das wird an den Trainings bei EIS hauptsächlich gewiesen. Wenn sich verteidigen, wird eine Situation gefährlich auf der Kampfer oder seine Bekannte wollen beschützen. Natürlich hat er das Räum delimitiert und das wird vermeiden alle Konfliktsituationen. Wenn eine Konfliktsituation ist, muss er so aufbauen, dass er eine legitime aufbauen kann. Wenn ein Kampfkünstler, Sportler oder ein Lion ist, ist ziemlich verständlich und kann er sich verteidigen.